Hallo ihr fabelhaften Skorpion-Geborenen und Skorpion-Ascendenten, ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Juni 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen und die sehen sehr gut aus, denn ab dem 7. Juni habt ihr Liebesplanet Venus bei euch im Partnerhaus im Stier und die verwöhnt euch dort mit einer wunderbaren Energie, um neue Beziehungen anzuknüpfen. Das ist besonders schön auch für Skorpion-Männer, die haben dann Begegnungen mit netten sinnlichen Damen und es bringt eben überhaupt eine schöne sinnliche Energie in eure Begegnungen hinein. Die Liebesplaneten stehen dann in Harmonie für den Rest des Monats und in einem guten Aspekt zur Skorpion-Sonne, deswegen wird euch der Juni gefallen. Bevor ich näher darauf eingehe, jetzt noch ein Hinweis, wir haben auch diesmal wieder eine Verlosung, mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Euer Erlebnis hintergrund, also die Aspekte, die langfristig auf euch wirken, da habt ihr vor allen Dingen zwei wichtige und durchaus positive Aspekte, zum einen das Trigon von Romantikplanet Neptun, der steht sehr günstig zur Skorpion-Sonne, der steht hier für euch in den Fischen in eurem fünften Haus der Liebe, Sexualität der Affären und bringt da eine sehr schöne Flirt- und Affären-Energie hinein. Es ist auch natürlich ein gutes Zeichen für Kreativität und Kunst und wie ich schon oft erwähnt habe, in meinen Augen ist es ein Tantra-Aspekt, denn Neptun ist ja der Planet der Spiritualität und der steht jetzt bei euch im Haus der Sexualität und das bedeutet, es geht darum, die spirituellen Kräfte mit den sexuellen Kräften in Einklang zu bringen oder eben auch in einer tiefen sexuellen Begegnung die geistigen Kräfte auch mitzuwecken. Etwas, was viele Skorpione sowieso wissen und wo sie immer schon auf der Suche nach waren. Das gilt also weiterhin ganz langfristig begünstigt, die Skorpione und diesen Monat merken besonders die Geburtstagskinder, die vom fünften bis neunten November Geburtstag haben. Dann habt ihr euren Herrscherplaneten Pluto in einem günstigen Sextil zur Skorpionsonne stehen, der steht hier im Steinbock, bildet einen günstigen Aspekt auf den Skorpion, ist natürlich sehr praktisch, wenn der eigene Herrscherplanet gut steht zur eigenen Sonne. Hier im dritten Haus bedeutet das auch, der Skorpion kann jetzt ein Machtwort sprechen, denn Pluto ist auf der Planet der Macht und des Einflusses, bedeutet auch, dass ihr in Gesprächen sehr viel Einfluss nehmen könnt und deswegen auch wirklich darauf achten solltet, was ihr sagt, denn eure Worte haben eine sehr große Wirkung und das ist natürlich auch bei Begegnungen sehr, sehr wichtig. Diesen Monat wird die Venus zwei wichtige Aspekte zu dem Pluto bilden und ist von daher auch für euch sehr aussagekräftig. Das erwähne ich dann gleich noch, worum es da geht. Auf jeden Fall ist das für euch ein guter Aspekt, der euch stärkt und den spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 9. und 14. November Geburtstag haben. Der Mondknoten, der in den Löwen gewechselt ist, steht für euch im Liebeshoroskop gehört, aber weil der Mondknoten ja auch Verbindungen anzeigt, kann es eben auch sein, dass ihr wichtige Menschen trefft, in die ihr euch auch verliebt, die etwas mit eurem Karriereweg auch zu tun haben. Genau, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen und dazu werfen wir einen Blick auf den Neumond vom Mai nochmal, der ja die Energie für die nächsten vier Wochen vorgibt und der ist am 25. Mai um 21.44 Uhr und für euch im achten Haus. Achter Haus ist ja auch sehr wichtig, ist euer Haus, Haus des Skorpions und das bedeutet neue Impulse für bestehende und vertraute Beziehungen und es kann auch darum gehen um Erbschaften oder auch Schulden. Diese Themen sind auch angesprochen und das wird in den nächsten vier Wochen besonders wichtig werden für euch. Dann hatte ich ja in der kosmischen Schwingung eben davon gesprochen, dass mit dem Neumond auch ein Zurückweisungserlebnis verknüpft sein kann. Das könnte jetzt, ist für euch halt wichtig, weil das hier der Aspekt ist mit der Venus zum Pluto und das könnte jetzt für euch eine Zurückweisung sein, die mit der Jobumgebung zu tun hat. Vielleicht hat sich ja auch ein Flirt im Büro entwickelt, wo es jetzt erstmal eine Zurückweisung gibt, aber wenn die Venus dann erstmal in den Stier gegangen ist und euer Partnerhaus kann sich da dann auch ein Happy End entwickeln. Ja, soviel zum Neumond. Kommen wir jetzt zu den Konstellationen im Juni. Es geht los natürlich mit der Sonne in den Zwillingen am 1. Juni eben bei euch im achten Haus, im Haus der festen Partnerschaften. Die Venus steht im Jobhaus, also Arbeitsumgebung, Büro, Alltag. Also vielleicht ein Flirt im Büro oder auch ein Flirt im Alltag könnte sich da ergeben. Der Merkur steht im Zeichen Stier in eurem Partnerhaus. Das begünstigt schon mal Begegnungen und Gespräche und der Mars steht auch in eurem achten Haus. Also da kann es auch durchaus Querelen geben in der einen oder anderen festen Beziehung bei euch oder eben es nötig werden, etwas hitzige Aussprache zu führen. Da müsst ihr dann eventuell auch ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht zu hart auftretet. So, ab dem vierten geht dann der Mars in einen günstigen Aspekt zur Skorpionsonne, nämlich hier im neunten Haus. Dann ist der Mars im Krebs und damit in einem stärkenden Aspekt zum Skorpion. Das begünstigt alle Formen von Plänen, die man macht, wo man aber auch dann so eine Aktivität reinbringt. Das kann auch eine gute Zeit sein zum Verreisen, weil der Mars ja auch Energie da reinbringt, besonders ans Meer oder an Gewässer. Also wenn ihr in den nächsten Wochen verreisen wollt und ein Plätzchen am Wasser findet, würde euch das besonders gut tun. Und ihr könnt eben vielleicht auch auf Reisen jemand Interessantes kennenlernen. Dann sicherlich der wichtigste Aspekt für diesen Monat ist eben, wenn die Venus dann in euer Partnerhaus geht im Zeichen Stier. Das begünstigt alle Formen von Beziehungen, Begegnungen. Für Skorpion Männer sind das süße Damen, die in ihr Leben treten können. Und aber überhaupt, weil es der Planet der Beziehungen ist und auch noch im Stier besonders stark steht, bringt es eben überhaupt eine gute Energie in euer Beziehungsleben und begünstigt neue Begegnungen, dass die sich dann auch zur Beziehung entwickeln können. Und diesen Aspekt genießen die Geborenen der ersten Dekade bis zum 17. Juni. Durch die zweite Dekade läuft die Venus dann bis zum 26. Juni und bis zum 4. Juli durch die dritte Dekade. Also da habt ihr alle was davon. Dann habe ich einen Top-Tag, auch gleich am 6. für euch. Da ist der Mond nämlich dann auch im Skorpion. Und da beginnt das Venus-Mars-Sextil. Das heißt, die Planeten, die jetzt für euch beide im guten Aspekt stehen, stehen untereinander auch noch gut. Und das begünstigt natürlich auch jede neue Begegnung, jeden Flirt und jeden Austausch, der eben so ein bisschen sweet ist und der der Liebe dient. Und genau, ja, dann geht es weiter. Achso, und dieser schöne Aspekt hält übrigens noch bis zum 9. an. Da habt ihr also auch ein paar Tage lang was von. Am 7. Juni geht dann der Merkur auch in die Zwillinge, auch ins 8. Haus. Kann also auch sein, dass da Gespräche jetzt über Geld, über eure gemeinsamen Werte in Gang kommen. Und am Freitag, den 9. haben wir dann den Vollmond. Und der ist für euch dann auch wieder auf dieser Achse betont, die Achse 8. Haus, 2. Haus. Und damit eben auch wieder das Thema euer Selbstwert, euer eigenes und das der anderen. Oder eben auch die gemeinsamen Werte, wie sich da jeder einbringen kann. Und vielleicht hast du eben mit diesem Vollmond eine Erkenntnis darüber, wie du deinen persönlichen Selbstwert stärken kannst, indem du zum Beispiel alte Schulden bezahlst oder dich verstärkt für gemeinsame Werte einsetzt. Übrigens Vorsicht, wenn dich schräge Freunde bitten, ihnen Geld zu leihen. Das wäre hier Lilith im 2. Haus. Da ist nicht gesagt, ob du das jemals wiederbekommst. Okay, dann haben wir noch einen Top-Tag am Freitag, den 16. Da haben wir nämlich sehr, sehr schön hier den Mond. Zusammen mit Romantik Planet Neptun im 5. Haus der Affäre betont. Und also da nochmal die Energie und die Chance, entweder eine neue Affäre anzufangen oder eben in eine schöne Liebsaffäre, eine schöne Energie reinzugeben. Weil es ein Freitag ist, kann man sich da ja vielleicht dann auch abends mal Zeit für die Liebe nehmen. Genau, und dann gibt es noch zwei Top-Tage hintereinander für euch, nämlich der 20. und der 21. Juni. Das ist, wenn der Mond durch den Stier läuft und damit durch euer Partnerhaus und damit diese ganzen schönen Konstellationen aktiviert, die sowieso so günstig zur Skorpionsonne stehen. Und das ist einfach sehr sexy und kuschelig für euch. Und hier aktiviert der Mond dann eben einfach auch nochmal die Chance, eine Liebesbegegnung zu haben. Und das gilt dann 20. und 21. Dienstag und Mittwoch ist das. Seht mal zu, dass ihr euch da ein bisschen Zeit für eine nette Begegnung nehmt. Und das kann auch wirklich eine tiefe Begegnung werden, weil der Mond dann auch den Pluto noch aktiviert, während er durch den Stier läuft. Und der steht ja auch günstig zur Skorpionsonne und Pluto geht. Das heißt ja, dass es in die Tiefe geht. Vielleicht findet ihr da auch die richtigen Worte, um jemanden komplett zu verzaubern. Am 24. der Neumond ist eigentlich auch noch ein Top-Tag für euch. Einfach weil der Neumond sehr günstig zur Skorpionsonne steht, seht ihr hier, habt ihr hier nur blaue Aspekte. Alles schöne harmonische Aspekte und die Venus in Rot, aber weil es eine Opposition ist und die steht auch gut für euch. Also top, top, top. Und dieser Neumond steht ja im 9. Haus der Pläne. Und deswegen ist das also ein super Datum, um diesen Neumond rum vielleicht dann im Wochenende Pläne zu machen für die nächsten vier Wochen, für die weitere Zukunft. Liebespläne, aber auch für euer persönliches Leben, weil ja eben der Mondknut im 10. Haus steht und deswegen auch diese Karriere- und Berufungsthemen super wichtig werden. Also diese Konstellation ist auch gut für langfristige Pläne und außerdem tiefschürfende Gespräche darüber. Der Merkur ist ja dann eben auch dabei. Ja, und dann habt ihr am Donnerstag, den 29. auch noch eine sehr schöne Konstellation. Da steht der Mond nämlich dann in der Jungfrau und aktiviert hier in positiver Weise Pluto, tiefschürfende Gespräche und dann hier auch die guten Planeten. Da bildet sich dann hier so ein Briefumschlag, wenn sich dieser Aspekt, der ist jetzt nicht ganz genau, aber wenn man den sich hier mitdenkt, dann heißt das, dass es hier sehr harmonisch für euch läuft. Und hier ist eine Spannung drin mit Mars, da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, aber die bringt natürlich auch so eine Tiefe rein und so eine Würze, dass man wirklich so richtig tief eingeht und drüber nachdenkt, was ist für mein weiteres Leben wichtig. Und die anderen Planeten stehen eben in Harmonie dazu. Das ist für euch auch nochmal eine sehr, sehr spannende Zeitqualität. Ja, meine Lieben, soweit die Konstellationen für euch im Juni. Sind sehr, sehr vielversprechend. Und wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, vielleicht auch über den interessanten Mondknoten, dann könnt ihr natürlich jederzeit eine Beratung bei mir buchen, auch gerne einfach direkt über die Webseite. Da steht alles drauf, kann man rumklicken und die Beratung gleich buchen und bestellen. Und wie das mit der Verlosung geht, für die, die es noch nicht wissen, ich freue mich über eine nette Bemerkung hier auf YouTube. Schreibt mir was Nettes und abonniert bitte meinen Kanal, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Außerdem noch ein Tipp, nehmt doch einfach an meinem nächsten Webinar Antonias Sterne teil. Da beantworte ich auch für jeden Teilnehmer eine Frage zum persönlichen Horoskop. Also dann ihr Lieben, alles Gute mit den Sternen.